Ich weiß nicht, dass wir mit dem Aufhören kommen. Ich weiß nicht, dass wir mit dem Aufhören kommen. Ich weiß nicht, dass wir mit dem Aufhören kommen. Ich weiß nicht, dass ich mich gerade so hierher gerettet habe. Nee, Moment, vielleicht kann ich auch mit dem Vieh einfach da rechts rüberfliegen. Da ist nämlich noch so eine Kiste. Let's checken. Wenn ich hier rechts den Aufwind noch mitnehme. Kein Aufwind. Oh, das hier ist doch ein, oder? Oh, das hier ist doch wie zum Zurückfliegen. Da habe ich noch mal ganz kurz. Ähm. Da habe ich da eben noch was gesehen, wo auch so ein Aufwind war, der noch gesperrt war. Die Frage ist, ob ich da drauf ziehen kann von mir. Ich glaube nämlich nicht, da ist nämlich genau der... Wer ist denn hier davor? Da, da, dahinter müsste ich... Okay. Na gut. Bin ich. Oh, wo geht's denn? Was ist denn das für ein komischer Vorsprung? Wirklich nur für die Samen. Ich will nicht mehr fassulieren. Herzlichen Glückwunsch mit dem Patrouillieren. Oh. Was haben wir denn hier? In Zeit. Wer Fragen stellt, findet Antworten. Okay, das ist der, um wieder zurückzufliegen. Ich gehe da nicht runter, mach du das. Aber wir haben Befehle. Von wem? Von Ravens oder die? Wir haben Gesellschaft. Ja. Na klar, es sind einfach zwei. Alter. Alter, what the fuck? Mich würde mal interessieren, was passiert, wenn ich jetzt hier einfach abspringe. Was, 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 was? Oh, was ist denn hier? Äh. Ah, jetzt weiß ich ja wovon die Plattform weiß. Okay, wäre schon komisch gewesen, wenn wir wirklich nur für diese komischen Samen da gewesen wären. Die Frage ist, wie ich da unten wieder rauskomme? Ich muss das Vieh mindestens einmal hauen. Was war das? Ich bin doch ausgewichen. Ich bin doch nicht. 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 Nein. Nie. Ich bin doch nicht. Was ist das? Okay, jetzt... Okay, aber jetzt wird mir diese Kuhnmartei überall grün angezeigt. Hm? Hm? Zusammen können die Republik und der Orden der Jedi die Geheimnisse zu erledigen. Geheimnisse dieser Galaxis entziffern und sie für das große Ganze nutzen. Die Macht weist uns den Weg. Klingt nach dem Orden, an den ich mich erinnere. Alles, was Kree hier gebaut hat, wurde durch eine Katastrophe zerstört, die sie nicht vorhersehen konnte. Manchmal scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Lass uns das Sie zeigen. Die ist nicht so umrein, da. Okay. Redeportiert. Okay, hier komme ich auf jeden Fall wieder zurück. Oh, das weißt du hier noch nicht, oder? Was zeigt ihr mir da noch an? Wo bin ich denn von hier aus da unten gekommen? Tatsächlich. Habe ich das da rausgeholt? Oder kann ich das jetzt mitnehmen von hier aus? Ah, ich glaube, das ist so ein Zwischenlagerteil, dass ich das mitnehmen kann. Weil ich ja mit dem Ding in der Hand nicht springen kann. Nach einer frei gemacht. Wir müssen jetzt auf dem Aufwind zur anderen Seite gelangen können. Was ist das? ich habe das nicht gewollt was er eingeladen du hast mich erwischt nein steh still los mit lustig nein ich möchte den Schwierigkeitsgrad nicht erinnern auch wenn ich mich heute anstelle wie der erste Mensch was Moment aber das andere hat er sich trotzdem gemerkt ok das hat mich jetzt tatsächlich ein bisschen abgefragt das hält mich nicht auf die alten Wege werden noch nicht ja äh äh ich will mir meinen Kopf abzuholen ich gebe niemals auf du bist verletzt ja 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 ich habe es gemacht danke für den tipp so kleiner ja du bist du bist du bist du bist du bist du du bist du Kraft Wie mache ich das mit dem Wasser? Wie geht das durchs Wasser? Das habe ich mir nicht fast gedacht, dass das nicht geht, wenn wir hier Wasser an ist. Wo warst du so lange? Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Mein Meister ist beharrlich. Nun, darum musst du dich nicht sorgen. Nicht hier. Sieht nicht so aus. Lass uns auf die Karte gucken. Hilf mir bitte. Hallo. Was ist denn mit ihm? Huck dir einfach hinter der Ecke, der Arsch. Willkommen, Jedi. Feinde des Friedens bedrohen die Grenze der Galaxis und unsere Republik. Sobald wir den Abyss durchqueren, könnte Tannalore eine Bastion gegen diese Bedrohung werden. Ein Signal der Hoffnung und Gerechtigkeit im Outer Rim. Tannalore war für sie mehr als eine Mission, und zwar der Traum einer besseren Zukunft. So, Moment mal. Eins nicht Zeit verlangen, sondern wie war denn das? Ich möchte das nicht zurücksetzen. Ich möchte gerne... Was ist denn auf der 1? Flugmagnet, die wir uns jetzt verlangsamen. Äh... Verlangsam ist auf der 4. Ich wüsste noch nicht, was auf der 1 ist. Er war nicht sonst... Moment... Entschuldigung. Was ist denn auf der 1? Auf der 1 ist doch gar nichts. 2 macht irgendwas, wenn ich 1 drücke. Langsam... Langsam 2... 0. 2. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 3. 2. 3. 3. nicht für langsam, da oben. Ah, da ist sogar eine Kante. Perfekt. Kann ich das bewegen? Geht denn das raus, der Mist? Geht denn das raus, der Mist, der Mist, der Mist, der Mist. ganz gut dieser wellenkoppler benötigt eine kugel sonst funktioniert er nicht hier jetzt können wir nach oben ich lege mir den strahl auch mal da hoch nur für den fall also die ganze zeit nichts zu sprechen da ist was sehen wir uns mal drinnen um was was about the tank das ich hier finde